Okay, jetzt sehen wir mehr. Wir haben violette Laces mit einem türkisen Rand beim Inlet am Schuh. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wir starten direkt mit einem Quiz. Warum habe ich eine Sonnenbrille auf? A. Weil mich das Sonnenlicht blendet. B. Weil es mich blendet, dass ich nach Justin der zweitgrößte High-Fashion-YouTuber bin und aus Österreicher. Ja! Oder C. Weil es 6 Uhr 44 ist und ich gerade vor dem Fortgehen komme und verbergen möchte, dass ich heute nüchtern war. Das sind die drei Antwortmöglichkeiten. Schreibt das direkt in die Kommentare, nachdem ihr mir auf Max over me auf Instagram gefolgt habt, liebe Leute. Und zweiter Plagg jetzt noch direkt hinten nach September. Meine neue Modemarke MGM. Liebe Freunde, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, sondern wir kommen direkt zum Thema. Das Video wird nicht unglaublich lange sein, denn ich nehme an, es wird ein paar von den Jungs aus dem deutschen Fashion-Bereich geben, die dieses Video genauso für Content nutzen werden. Deswegen nehme ich das jetzt auf, schnelles direkt und lade es hoch. Und wir quatschen über Ufos neue Schuhe. Also ich persönlich habe die Schuhe noch nicht gesehen, aber es gibt einen unglaublichen Herrn Pratern, der mir eine Nachricht auf WhatsApp geschickt hat und gesagt hat, lieber Maxl, Ufo hat neue Schuhe. Danke an dieser Stelle an 100 Deuces. Bitte einmal folgen auf Instagram, Herrn Pratern, liebe Freunde. Den Kleiderschrank von ihm kennt ihr ja schon, wenn nicht, dann dieses Video abchecken. Es waren nicht 200, sondern 300.000 Euro, by the way, aber ist ja wurscht. Wir wollen direkt hineinsehen. Ich mache jetzt direkt Screen Recording an, damit man mir nicht vorwerfen kann, dass ich das Video schon gesehen habe. Aber Freunde, Ufo hat neue Schuhe. Wir werden uns das jetzt gemeinsam ansehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Und ja, also bevor wir uns das gemeinsam anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, neue Schuhe. Also wenn man als Künstler ohne einer Kooperation mit einer schon beständigen Modemarke einfach Schuhe rausbringt, was soll das werden, Leute? Es gibt nicht umsonst Sport- und Schuhmarken, die jahrelange Erfahrung haben, um herauszufinden, wie läuft es sich am besten in einem Schuh, wie ist die Dämpfung, wie muss man einen Schuh designen. Also nicht umsonst gibt es berühmte Marken wie Nike, Adidas, Reebok, Asics und viele weitere. Nein, Puma nicht an dieser Stelle. Die jahrelange Erfahrung hat man einfach Wissen, wie man Schuhe konzipieren muss, damit die möglichst komfortabel sind. Ja, okay. Ich weiß, dass Jordan, vor allem die Einser, nicht besonders komfortabel sind, das ist mir bewusst. Ja, aber trotzdem einfach irgendwie Basic-Schuhe rausbringen und dann einfach ein Design draus rausklopfen ist schwierig. Dementsprechend nieder, also wirklich niedergehalten sind meine Ansprüche an den Schuh, den Ufo jetzt rausbringt. Vor allem, ich habe nichts vor einer Kooperation mit irgendeiner Marke gehört, deswegen nehme ich an, dass der das irgendwo importiert mit einem neuen Design und einfach ein Basic-Schuh von einer Noname-Firma schon vorproduziert wurde mit seinem Design. Also meine Ansprüche sind sehr niedergehalten, dadurch, dass es keine Kooperation mit irgendeiner Marke ist. Aber ich will gar nicht mehr dazu sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie der Schuh ist. Wir können jetzt sowieso nur das Design bewerten, weil ich überhaupt keinen Plan davon habe, wie sich der Schuh anfühlt, wie sich der Schuh trägt. Aber wenn wir uns ehrlich sind, meistens interessiert uns eh nur das Design. Und so werden wir diesen Schuh auch heute bewerten. So, gehen wir es an. Screen-Recording in 3, 2, 1 und go. Schauen wir Fotos und Videos rein. Da haben wir schon... Ui, Entschuldigung, das war das falsche Video. Ich will gerade rüber, so weit man irgendwie funktioniert es nicht. Das dürfte das Video von irgendeinem Profi-Turmspringer sein. Da pfeifen Leute, mein Handy spinnt. Was soll ich noch machen? Scheiße. Oh mein Gott, also das dürfte ein Orga-Profi gewesen sein. Jetzt funktioniert auf einmal... Das dürft ihr alles gar nicht sehen. Schauen wir da mal rein. So, also er schimpft einmal direkt 17 Stories lang über irgendein Hotel. Mich würde jetzt echt interessieren nach der 5-Stern-Bewertung, wie viele Sterne da jetzt noch da sind nach seiner Community. Aber wir swipen den türkischen Text nach vor. Oh, 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 okay. Freunde, ready? Das ist geschreit. Die ersten Samples sind da. Hier kommt noch das Day-High-Logo rein. Oder auf die Zone. Ich glaube lieber hinten drauf. ok was ich da im ersten blick sehe sind diese violetten laces finde ich eigentlich ziemlich nice ok jetzt sehen wir mehr wir haben violette laces mit einem türkisen rand beim inlet am schuh farbkombi technisch schon ziemlich bombe muss ich sagen also ganz ehrlich ohne scheiß finde ich ziemlich nice ich glaube das sind so gelbe stitches oh jetzt muss gut vorne der schon weiß ein bisschen überrascht leute ich bin ganz ehrlich ein bisschen überrascht ich finde den von der form her so leicht wie dieser nike rogeran erinnert mich an dieses modell doch anders also nicht kopiert das kann man auf keinen fall diesen modell vorwerfen wir haben natürlich diesen weißen gummi ja ist das das gleiche oder was ja wir sehen so modell ist das gleiche wir haben so beige akzente mit einer schwarzen sohle und so dunkelgraue laces violette sohle oha schwarze sohle mit violett ok es gibt noch mal zurück auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall hinten drauf hinten drauf viel besser weil hinten schaut relativ leer aus es heißt den colorway aber richtig nice richtig jetzt der weiße ich weiß der herr oberprofessor macht schon wieder auf deutsch oha das sind sogar noch eine oder zwei ösen sind im gleichen colorway wie dieses türkis am inlet ich werde mit dem schuh fix koppen an dieser stelle keine kooperation mit ufo was soll ich sagen leute kann man nichts sagen auf jeden fall ein richtig nicer schuh also einer steht fest ich werde mir den schuh auf alle fälle koppen um damit auch ein review des fertigen produkts zu machen ich bin nach diesem kurzen sneak peek kann man nicht sagen es war schon mehr als ein sneak peek aber das sind samples die gerade angekommen sind wie man schon merkt wenn man noch sagt es kommen noch logos drauf sind es eindeutig samples aber leute für samples auf alle fälle richtigen also ich bin auf jeden fall auf die qualität gespannt ich werde mir den schuh auf jeden fall bestellen und werde ihn dann auf meinem kanal review und wenn ihr auch dafür seid dann lasst auf jeden fall einen daumen und ein kommentar da ich bin ganz ehrlich ein bisschen sprachlos ich meine ich finde den style von ufo schon sehr nice aber er geht das erste mal eigene wege bis auf seine merchandise und schuhe da muss man sich erst einmal drüber trauen ganz ehrlich leute also mutig und für das eigentlich ziemlich krass umgesetzt also props gehen auf alle fälle raus an ufo schreibt mir auf alle fälle eure meinung dazu ob ihr die schuhe tragen würdet werde ich bestellen vorne vielen dank für zusehen wenn euch das video gefallen hat dieses spontane video ohne karten lasst auf jeden fall ein like da ich verlinke ich jetzt noch hier und hier ein weiteres video von mir seid auf alle fälle gespannt auf den september da geht's los mit meiner neuen marke man und natürlich freuen folgt mir wenn zu bleiben vielen lieben dank dafür und wir sehen uns beim nächsten video das war's von mir euer ja